Herzlich Willkommen zurück zu Fallout 3. So weiter geht's. Wir stehen immer noch, beziehungsweise sitzen immer noch im Quartier von Galaxy News Radio bei Desmond. Äh, Desmond? Ne, bei Dreihund. Nicht Desmond. Wie komme ich denn jetzt auf Desmond? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, äh, der gute Koki hat mir geschrieben, töte Dreihund, töte ihn. Natürlich, wir könnten ihn töten. Äh, werde ich aber nicht machen, weil ich einfach die Mission mit dem Museum und der Satzschüssel, ich finde die eigentlich relativ schön. Und ansonsten würde die sozusagen, ja, Ad acta gelegt und, ja, wir könnten ihn nicht mehr machen. Das wäre doch ein bisschen schade. So, äh, wir sind immer noch schön verkrüppelt. Ähm, ja. Wird auch noch ein Weilchen so bleiben. Ich glaube, wir haben nämlich nix zum, wir haben zwar ein paar Bandagen mit, aber wir bräuchten, äh, ne Krücke oder sowas zum Schienen. Da haben wir aber gerade nix dabei. So, ähm, gehe ich mal kurz auf die Aufgaben. Das technische Museum finden. Wird uns das markiert? Da ist doch was markiert. So, das ist da. Ausgang. Gut, dann gehen wir mal zum Ausgang und dann suchen wir mal das Zeug. Die, 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 die. Das werden wir schon irgendwo finden. Das technische Museum. Wie geht's uns denn eigentlich? Wir brauchen kein Wasser, wir brauchen kein, keine Nahrung und keinen Schlaf. Wunderbar. Da geht's uns ja eigentlich gar nicht so schlecht. So, ne, ich mag nämlich die Mission mit dem Museum. Ich finde das eigentlich relativ schön. Wir könnten natürlich so auch ins Museum, aber die Mission könnten wir nicht mehr machen. Das wäre fast ein bisschen schade. Äh, komme ich da, komme ich da irgendwie runter? Ich probiere es einfach. Hüpf. So, dann hier runter. Hüpf. Wunderbar. Funktioniert doch. Da unten sehe ich doch schon jemanden. So, wo habe ich denn meine Waffen? Auf welchen Slots? Dü, dü. Was habe ich denn hier? Ich habe... Ich muss hier wieder was ein bisschen einstellen. Äh, Fragmine. Hunting Riffle mache ich mir mal auf 3. Chinese Assault auf 2. Submaschine auf 1. Und dann sollte dies wieder passen. Ich glaube, die ist auch schon im Arsch. Die ist ein bisschen besser dran. Naja. Naja, naja, naja. Könnte besser sein. So. Da habe ich einen Ghoul gesehen. Wo ist er, der Ghoul? Da ist er Du böser, böser Ghoul, du Oh, da ist er noch Oh, da ist er noch einer Boom Und Oops Oh Oops Ja Äh Hoppla War gar nicht meine Absicht Egal, wir gehen weiter Hoppla So, was hat er ein schönes dabei? Ein paar Kronkork, die nehmen wir natürlich mit Hilfe Wollte ich gar nicht Was habe ich denn da getroffen? Äh, da komme ich ja gar nicht rauf Wie komme ich denn hier rauf? Mall Outpost Da muss ich ja gar nicht rein Ich will da rauf Wie komme ich denn da rauf? Ich will jetzt in den Outpost auch nicht rein Ich will da rauf Bin ich hier unten falsch? Wer komme ich denn da rauf? Da muss ich wohl wieder durchs Gebäude durch Schätze ich mal Alter So ein Rumpf Na ja Egal Wie komme ich denn hier? Hallo Ich würde hier gerne rüber Wie komme ich denn da? Gibt es hier einen Eingang? Nö Ach, da kann ich Wir können ja hier rüber Natürlich Dann gehen wir einfach mal hier rüber Halter Schwede Da hat es gerumst So, haben wir das schon Wo geht es denn da hin? Metro Reduzierung Reduzierung Der XP Das Leer Minenkiste Ja, nehme ich mal mit Äh Plattpack Stimpack Nehme ich auch mit Alter, ich komme hier nicht rüber Ich komme hier nicht rüber Wie komme ich denn da rüber? Hm Keine Ahnung In der Pondstation Ich muss doch irgendwie da rüber Ich komme da auch nicht mehr rein Ich muss wohl da unten durch Dann gehen wir mal da unten durch Nützt dir nichts Lalalala So, ja Welcher Weg jetzt genau Wohin führt Weiß ich leider auch nicht mehr Das ganze U-Bahn-Netz Ist so ein bisschen Äh Verwirrend Das ist ja gar nicht so einfach Hallo Oh Gule Den können wir doch so ausschalten Müssen wir den ausschalten überhaupt? Nicht, dass da vorne wieder alles hoch geht Schön stehen bleiben Ah, der war daneben Der war daneben Der war daneben Der war getroffen Da ist alles klar So, der hat nichts dabei Hier ist alles eingestürzt Uiuiuiui Da steht doch einer Stirb Ich weiß zwar gar nicht jetzt wo ich hier hinkomme Aber ich glaube das ist auch falsch Wo wir hier lang gehen Egal, es sind auch wieder sechs Kronkorken Hier bin ich doch nicht richtig Verflucht Ich weiß nicht wo wir hin müssen Aber den Nuka Cola nehme ich mit Äh Oh Hilfe Wo, was, hä? Technisches Museum Ja, anscheinend können wir der U-Bahn folgen Wenn ich mir die Punkte jetzt hier so Ansehe Wir gehen einfach mal dem Marker hinterher So, gehen wir da richtig Äh, ja So ungefähr Natürlich verkrüppelterweise Sind wir nicht mehr so schnell unterwegs Aber gut Das nützt jetzt nichts Da müssen wir durch Es hilft nichts Da müssen wir durch Durchhalten ist angesagt Aber das werden wir schon schaffen Oh, 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 oh Ach, da oben? Da oben sehe ich Wat? Da hat sich was beweegt Oh, schön Ah Ja, komm halt runter Na, 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 na Wohohoho Der kam mir jetzt doch ein bisschen nah Huch Äh H-Klammer Nehme ich mit Alter, Schwede Die Ghouls sind auch aber schon Sehr grob Muss man sagen Also die sind jetzt nicht so Ja Kanonenfutter nur rein Sondern die Die machen schon auch ordentlich Damage Das muss man schon mal lassen So, hier liegen noch ein paar Raider rum Dartgun Brauche ich nicht Gleisnägel Die wiegen nix Können wir mitnehmen Railway Riffle Brauchen wir auch nicht Uh, 32 Akaliga Nehmen wir mit Auch wenn es nur zwei Schuss sind Aber egal Zwei Schuss sind besser als nichts Sind immer noch besser Als wenn wir uns in den Nahkampf waren Gut, wenn wir Out of Ammo sind Dann müssen wir sowieso in den Nahkampf Dann nützt dann sowieso nichts mehr Cola Nehme ich mit Gerne sogar So, hier können wir raus Und irgendwie ist es hier Gerade ein bisschen ruhig Für meinen Geschmack zu ruhig Großes Gebiet Viel Platz für Kämpfe Das passt mir mal so überhaupt nix Ohoho Ohoho Was seh ich denn da Raider Hoffentlich sehen die mich nicht Nein, sie sehen mich nicht Ja, haha Ich geh mal da rauf Vielleicht hab ich von da oben ein bisschen besseren Überblick Hier sind noch so viele Fenster und alles rundherum Hier könnte theoretisch Scharfschützer überall lauern Ich fühl mich hier nicht ganz so wohl Muss ich Zugeben Hallo Ah, und ich bewege mich lieber vorsichtig Das ist mir hier doch ein bisschen zu nahkampf hier Oh, ich hab was auf dem Acker Beziehungsweise ich hab mal einen Kompass Ist wahrscheinlich da oben irgendwo Haltungsbunker, da schauen wir mal rein In der Lunchbox Stimpack 32er Pistole Kann ich da rum? Ich kann da rum Zuerst gucke ich aber nochmal hier rein Aktenschränke Schreibtisch Das ist alles leer Alter, ich bin gerade Voll angespannt hier Ich reiß dir dein verdammtes Herz raus Alter Ein Schuss Das ist so böse Hey, warum? Nee Nicht schießen So Alter Schnauze Das ist so böse einfach, das Ganze Psycho-Vorkriegsbuch Ja, ich weiß, ich könnte die Vorkriegsbücher mitnehmen Aber Die dann gewinnbringend verkaufen Aber die sind schwer Die sind schwer Wir können nicht so viel tragen Ich würde sie ja gerne mitnehmen Aber Das bringt sich fast nix Ich stehe hier so offen Das gefällt mir nicht So, er müsste noch ein bisschen Munition haben Oh Oh Fünf Schuss und eine 10mm Machine Gun Yeah Die gehen wir doch gleich reparieren Also unsere Super Wie viel haben wir denn da 30, 64 Ja, komm Bei der haben wir noch ein bisschen mehr Munition übrig Da müssen wir immer ein bisschen haushalten Dass wir plötzlich ohne Munition dastehen Das wäre nicht gerade vorteilhaft Okay, hier unten sehe ich mal nichts Ich habe auch gerade mal keinen Marker auf dem Kompass So, gibt es hier oben was? Nö Sehe ich nicht Ich sagte doch Hier ist ein guter Platz für Scharfschützen Und so weiter Theoretisch ein guter Scharfschütze Der hätte uns da oben Der hätte hier gewartet Und dann Wenn jemand aus der U-Bahn kommt Peng Hätte schon gereicht So Äh Dann wieder nach unten durch Oh, schön, schön Da sehe ich ja bis da rüber Da kann ich eventuell schon rüber schießen So Erwisch ich den Hab ich den nicht erwischt Ach komm Warum nicht Ich probiere es bei dem nochmal La 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 Wow Alter Alter Wo kam der oder die denn her Fies Was für ein Idiot legt sich auch schon mit einem Raider an? Ja, was für ein Idiot legt sich mit einem Raider an? Dann komm her Dann zeige ich dir Was für ein Idiot sich mit einem Raider anlegt Jetzt hab ich dich wenigstens auf dem Kompass Muss hier irgendwo ganz in der Nähe sein Müsste direkt hinter dieser Wand sein Unten rum vielleicht Alter Schwede Hallo Da oben im Haus Da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da Schnauze Wir sind vorsicht Warum sind wir vorsicht? Jemand sucht uns Oh, schön, schön, schön Hallo Gut, oben kommt man nicht rein Ich sehe ja auch niemanden Ich höre niemanden und ich sehe niemanden Aber irgendwer natürlich Ist uns noch auf der Spur Können wir vorne raus? Hier geht's nicht raus Hier geht's auch nicht raus Darüber kommen wir nicht Wir sind immer noch vorsicht Also sollen wir zuerst mal den Bereich erkunden Erkunden wir mal den Bereich Von raus können wir immer noch Die Hunting Rifle gehe ich jetzt mal Äh Reparieren kurz Ein bisschen was ist es auch Das wäre doch der perfekte Ort wieder Um Minen zu legen Apropos Minen Ja Bin ja nicht ganz doof Die nehme ich Dankeschön Da vorne liegt noch eine Und da liegen noch mehr Minen Die nehme ich mir alle mit Okay, wir sind wieder versteckt Ja, Minen sind Schönes Defensives Kampfmittel Das kann man einfach so sagen Das ist ein schönes defensives Kampfmittel Da muss ich mich nicht hier richtig in die Schusslinie stellen Haben aber trotzdem guten Bums oben So Lady From Pertons Fashion Ja, egal Fashion Store Gehen wir mal rein Zuerst speichere ich aber Ja, das ist wieder so ein Zusatzinhalt von DC Interieurs Was es im Originalen nicht gibt Deswegen finde ich das auch immer schön Weil ich diese Bereiche auch überhaupt nicht kenne So, hier einfach nur Sonnenbrille Verschiedene Brillen Hüte Vorkriegskleidung Tresor Nach sowas habe ich gesucht Durchschnittlich verschlossen Ja, super Das bringt mir nichts Unsere Skills sind doch zu kacke Okay, da können wir raus Kommen wir da wieder auf den offenen Platz Was war das? Was war das? Ich bin gerade durch ein Stolperdraht Ich habe es noch gehört Boing Ach, da vorne kommen wir wieder zu diesem Großen Platz Aber was das jetzt gemacht hat Weiß ich nicht Ich weiß es nicht Da vorne Wandern die Raider noch rum Aber den einen Raider Den scheine ich den Arm verkrüppelt zu haben Da er seine Waffe fallen gelassen hat Was natürlich für uns Nicht schlecht ist Ach, da drüben Schnauze Oh, und tot Da ist es gerade zu den Raidern Drüber gelaufen Da haben sich doch einfach mal so Kurzerhand die Raider drum gekümmert Wow, Alter Da ist ein Raider Ich weiß aber nicht, ob ich den von hier aus treffe Das ist immer so ein bisschen schwierig Man kann nicht unbedingt immer so Nah an den Objekten vorbeischießen Manchmal ist das so ein bisschen Unsichtbare Wand noch Ich probiere es einfach mal Oh Moment Nein, 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 nein Nicht auf mich Nicht auf mich Böse Alles böse Und da hat es wieder gerumst Ja, das ist schon ein bisschen Ein anderes Spielerlebnis Als das Original So, aber ich würde sagen Ich mache hier wieder Einen kurzen Cut Und wir sehen uns dann In der nächsten Folge Hier dann wieder Wenn wir dann wieder Um die Ecke gucken Um zu schauen, was Da noch alles ist Da kommt einer Da kommt einer Hilfe Wir sind wieder versteckt Okay Dann hat sich das schon Erledigt Und es fängt an zu regnen Bis dann Und es hat dazu